15.07.2019, da geht's wieder los. Ihr seht's ja, ist alles unglaublich. Tja, interessiert sich keine Sau drum, warum auch. Ihr seht seine Videos jeden Tag, das könnt ihr ein halbes Jahr zurückgehen, zu jedem Datum. Braucht ihr Gran Canaria eingeben und dann braucht ihr nur unter Videos gucken, dann findet ihr die Schornstein-Videos. Das ist alles nicht zu fassen. 5000 Videos habe ich jetzt mittlerweile.